Okay, ich hab kein Gegner mit Waffe, dann kann ich mal in Ruhe. Geh, Cut. Oh, mehr Leben. Ha. Ich hoffe, ich bin gerade richtig. Warte mal kurz, ich möchte mal kurz gucken. Mhm. Okay. Sollte ich durch solche Türen nicht mehr gehen, sonst verwirre ich mich persönlich. Oh, noch mehr Leben. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich dachte, ich rüste schnell Batarang raus und gehe dann die Tür einfach raus. Aber irgendwie... Ah, der Pro-Batman-Plays-Way-Patzer. We don't do that. Told you. So, okay. Das heißt, der gefangene Dude ist genau hier drin. Yay. Thanks, Batman. Ähm. Wo ist dieser Kommunikator? Ich möchte mal kurz... Oh, was ist das? Hoch-Advanced-Batarang. Ich habe eigentlich quasi... Hm. Ich könnte auch mal hier kurz gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein... ...armer Dude. Sorry, I ain't got no time for your... ...shin-anigans. Key-Card. Hier, in unserem Ausgangspunkt muss es auch noch irgendwas geben. Nope. Okay, hier haben wir angefangen. Fuck you. Oh. Oh, ich habe einen Extra-Leb bekommen. No. We don't do that. Okay, Key-Card. Oh, es ist Tiergang. Nö, da bin ich nicht rein. Das ist langweilig. Da kommen wir auf der anderen Seite raus. Und da habe ich schon alles erkundet. Bye. Batman goes now shit about you. Huh. Ah, alles zu erkunden ist ja doch keine so blöde Idee. Ich meine, ich war... ...full... ...leben. Du, mein Freund. Shut up. Ich habe eigentlich... ...Petarang... ...versucht auszurüsten. Äh... Gucken wir mal kurz hier gucken. Das Ganze ist... Oh. Noch ein Herz. Well, I ain't mad. Ich bin irgendwie nicht enttäuscht oder sonstiges. Das ist auch nichts. Ha. So, gehe ich einfach mal da rein. Dann habe ich ja, glaube ich, Basement und ersten Stock alles eigentlich abgesucht. Yep. No. We don't do that. Kann ich ja mal beruhigt in den zweiten Stock gehen. We'll gucken, was mich da noch so erwartet. Don't do that. Don't... Kann ich da eigentlich nichts rein oder brauche ich... Okay, ich brauche einen Code. Äh... Ha. Ha, ha, ha. Ich habe eigentlich, glaube ich, alle befreit. Dann muss ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder zurück... Zurück... Zurück und sagen... Hey, Dudes. Ich bin wieder da. Ich glaube, das war jetzt wieder ein Ende, oder? Ja, ihr ist mit dem Telefon, Mann. Oh. Robin, where to next? Batman, it looks like there's someone in Block A in the basement and you are in Block B in the basement. Ich habe da jemanden ausgelassen? Aber gut, ich... Aber schön, dass ich die Telefone nutzen kann. Okay, dann zurück in Block A in Basement. Weiß, den habe ich doch befreit, oder? Da habe ich doch jemanden befreit. Robin, I'm sick of your shenanigans. Stupid boy. Irgendeine Tür dürfte ich übersehen haben. Da ist ein Sohn langer Gang. Der fährt mich in Block B. Shut up! I'm sick of your shit. I'm a Batman. Hm. Nope. Hier war ich auch schon drin. Okay, nochmal auf gut Glück gucken. Don't do that. Anscheinend gibt es hier zwei Typen. Einen habe ich gefunden und einen muss ich übersehen haben. Das war nicht geplant. Ich wollte nicht durch die Tür gehen. Ich bin nicht durch die Tür gehen. Fear my bad kicks. We don't do that! Fuck off. Warte mal, bin ich hier drin? Anscheinend ja Puh, 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 das ist wie ein Labyrinth, ein bisschen Ein bisschen leicht wie ein Labyrinth Oh, guckt mal Facts, Batman Okay Boy in Telefon Und OBS Riftet mir aus Hey Don't do that Don't be Batman Das ist hart Okay Robin, we've rescued all of them You'd better get back here It seems that The guy Was The Penguin Only he would send a giant bird to a museum That's right He was after the artwork Being displayed on the second floor But it's okay His master key doesn't open that room That room has a combination lock You can't get in unless you have The four digit combination Hold on, I asked the curator for The combination Robin, what's wrong, what happened? Well, well, if it isn't Batman Please excuse the rudeness But I'm in a bit of a hurry Penguin A Batman Man Okay Let's do it again Let's do it again Fuck this guy Fuck your bombs Okay I'm gonna go back to the block B I'm gonna go back to the block B Oh Oh I'm gonna go back to the block B I'm gonna go back to the block B Oh no, Robin Hang in there, Robin Hang in there, Robin Sorry, Batman He took the curator with him Don't worry, I rescue him Batman, it looks like the curator is In block R on the first floor And you are in block B in the basement Shut up, Robin Seriously, shut up, Robin You're sick and tired of your shit, Robin Okay With block R on the first floor Let's do it People, let's do it No, we don't do that Totally, we don't do that Das ist gay Das will ja Alter, das vom Anfang erkunden Vielleicht gibt's irgendwo noch Leben Das wäre echt nice jetzt Psch, aber das muss auch wo der Kurator ist, von daher Bye I'm sick of your shenanigans Oh, da ist der Kurator Are you okay? Thank you Batman, they are going after the display on the second floor We've got to stop them, the secret combination is 5, 4, 3, 9 Leave it to me Leave it to the man with the bats I'm getting sick and tired of all of your shit Leben wäre jetzt irgendwie extrem nice Jetzt verreck ich gleich mal I'm so kind tired of you Shit and your shit too My heart wäre jetzt extrem nice, aber Give it nisch Give it nisch Hallo Ah ja, erscheint Da muss ich Master Kiosk rüsten, genau Okay 5, 4, 3 9 Nice Kann ich jetzt doch sowas wie Leben haben? Das wäre jetzt extrem nice Ah, Passkampf Penguin, this is the end of the line Baaah, you're always interrupting at the wrong time I think I'll feed you to him I ain't got no time for bird shit Okay, ich misse mein voll Leben Screw you, Penguin You and your stupid bird Come, the stupid bird I outsmarted the bird That's easy That's easy Cape, Penguin It's over It's over It's over It's over Give up, Penguin It's over, give up, Penguin Oh, but you're so wrong Let me show you my latest invention A helicopter I'm getting sick and tired of your shit, Penguin Okay Penguin That's not nice Fuck off with your shit, Penguin Oh, now we know how the helicopter is best outweighed Fuck Oh wow, was that? Okay Okay That was the easiest boss fight for now Okie dokie Oieieiei Then, I believe it was for the first episode of the adventures of Batman and Robin Three levels in a hour That's pretty nice I would say And we'll see you again in the next episode of the episode Bye bye Just a bit of a pain Bye 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 Vielen Dank.